Hi, hier ist wieder die EMP Rock Invasion, aber diesmal weder mit Jan noch mit Markus, sondern mit mir. Ich bin Maja und arbeite im EMP Store in Essen und ich darf Zoli von Ektomorf interviewen. Was ist die Idee hinter dem Albumtitel Retribution? Retribution für wen oder für was? Wir spielen eine Art heavy Musik, die im Krossover zwischen many Style. Da gab es viele Anstrengungen auf der Weg. Es war, es war, es war, es war und es war. Wir hatten ein bisschen schwieriger Zeit, wie vor zwei Jahren. Retribution war so, dass wir zurückkommen. Wie hältst du dein Level von Aggression? Es ist so typisch für den Ektomorf-Sund. Was schützt dich so oft? Es gibt immer jemanden. Das ist Leben. Ich bin sicher, dass du es auch hast. Ich kann nicht wirklich über die schönste Teil der Leben singen. Nicht so, dass ich es nicht habe, weil ich es habe. Aber meine Musik ist über Angst. Ich bin so glücklich, dass meine Lyrics touchen andere Menschen im Herz. Weil sie das gleiche Gefühl haben. Auf NAMP & SIG, das ist ein großartiger Duett mit Christian Marcado. von Inilnio. Warum besonders mit Christian? Es war, weil wir auf Tour mit den Leuten in März waren. Wir waren Freunde. Es war ein sehr, sehr tolles Tour. Christian war immer auf der Seite des Stages. Every night. Seit dem ersten Show. Und er sagte mir, nach dem Show, dass wir ihm viel Energie geben, wenn wir auf der Stelle gehen. Wie wir spielen. Er nimmt Energie aus unserer Show. Und ich sagte, Danke, Mann. Und ich schaue ihn auf. Auch in Inilnio. Ich liebe sie immer. Es kam einfach so, wie wenn wir eine Song machen würden. Und die Tour war vorbei. Ich ging nach Hause, ich schreibe die Song, ich schreibe ihn zu ihm. Er liebte es wirklich. Und ich sagte, okay, wir legen sie auf das Album. Ich liebe diese Song. Deswegen haben wir auch ein Video gemacht. Es war eine Ehre für dich, mit ihm zu arbeiten. Ja, sicher. Over the years, Ektimov hat sich mit Soulfly verhängt. Hat er dich beeinflusst? Oder ist es flattering? Es ist auf der Weise, wie sie es sagen. Wenn sie sagen, wir sind nur eine leckeres Kopie von Soulfly, dann würde ich nicht sagen, dass das die richtige Sache sein sollte. Denn wir sind nicht. Wenn sie sagen, wir machen den gleichen Stil oder Energie, aber auf der positiven Weise, dann ist es ein Ehre. Und es ist cool. Na Soulfly ist wirklich anders, was wir machen. Sie gehen zu Death Metal und wir gehen nie zu Death Metal. Du hast einige Piercings und viele Tattoe. Was bedeutet das für dich? Wir können hier ein lange Zeit um alles zu erklären, aber... Okay. Ja, ich habe ein Symbol, das Ektimov-Symbol, ich glaube, 9 oder 10 Symbol. Ich bin der größte Fan der Band. Ich habe einige Tribal, ich habe diese Black Flag Album cover, und... ich habe eine hier auf meinem Fuß. Das ist auch ein Album cover. Und das ist der größte Sinn, weil das ist von der Ice Cream Up To The Sky Album cover. Und das war, als ich meinen Sonn verloren habe. Das hat ein wirklich tiefes Sinn. Aber das Rest ist einfach cool. Du hast viel über die Jahre und hast sogar mit open Chords und clear Vocals gearbeitet. Welche Influence hat das Acoustic Album? Das Acoustic Album kam einfach als eine Idee, weil wir viel geredet haben. Wir mussten eine Pause machen. Aber ich konnte es nicht nach Hause sehen und nichts machen. Ich dachte, es wäre toll, etwas anderes zu machen. Ich singe viel mit meiner Acoustic Gitarre, aber nur für mich. Aber viele Leute sagten, dass sie etwas machen müssen. Und ich sagte, okay, ich habe meine Rekord-Kompanie, FM, und ich sagte, lass uns etwas machen. Erst haben sie gesagt, nein. Ectomorph Acoustic, keine Ahnung. Aber dann habe ich sie ein paar Songs und sie sagten, ja, es ist cool. Ich zeigte sie, sie liebte es, und wir haben das Album gemacht. Und ich spielte auch ein paar Songs, wie Johnny Cash, weil ich wirklich mag, was er gemacht hat. Das war die Grunde. Es war eine natürliche Progression für ein Acoustic Album? Ja, es war nicht eine Forst. Es war natürliche. Es kam einfach, weil ich es dachte, ich wollte es machen. Ja, das hat man ja doch ganz gut gemacht für das erste Mal, oder? Wollt ihr sie öfter bei uns sehen? Dann schreibt es in die Kommentare. Falls euch das Interview gefallen hat, dann liked es, teilt es und abonniert unseren Kanal. Jeden Dienstag und Freitag gibt es neue Videos. Falls ihr von Ectomorph CDs oder das exklusive Retribution Bundle mit CD und Shirt haben wollt, das gibt es natürlich bei EMP. Klickt einfach auf den Link unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, sagen Jan und Markus. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.